FIhLiXHDDGAMES Hallo und herzlich willkommen bei Felix's Hattie Games wieder hier in Minecraft aber diesmal etwas anders, denn diesmal werde ich gefilmt nämlich von dem Let's Kingdom, sag mal hallo! Und das Problem ist, ich habe vor kurzem mein Mac geupdatet, weil zu Weihnachten eine Game Capture und jetzt funktioniert mein Renderprogramm nicht mehr richtig, also es rendert nicht mehr perfekt, das habt ihr beim Limbo Part gesehen deswegen hat er das auch so geleckt und ja, also ich wollte mich auf jeden Fall bedanken dass ich jetzt bald schon mal meine 1000 Abonnenten habe, das ist echt krass, wie schnell das geht und ja, also zu den 1000 Abonnenten, das war's dann auch schon und da ich jetzt auch wieder nicht hochladen kann, werde ich in der nächsten Zeit dem Yannick den Kanal überlassen, weil ich kenne ihn halt aus dem Real Life, deswegen vertraue ich dem da und der wird dann halt da Videos machen mit mir und denke ich mal, so einmal in der Woche, nicht mehr, weil er hat halt selber einen Kanal und muss auch für die Schule sehr, sehr viel lernen und das geht dann so lange, bis ich dann einen neuen PC habe Was daraus dann folgen wird, ist dann... Oh, warte mal, sieht man den hier gerade? Ja, das ist nicht schlimm Äh... Swift... Vanish... Sofort... Gekonzt... Und, äh... So, er ist weg, ne? Ja Äh... Und, äh... Was halt daraus resultieren wird, dass ich jetzt, äh... Dass ich im... Dass ich jetzt bald einen neuen PC hab, ist, dass ich dann keine Legs mehr in meinen Aufnahmen dass ich, ähm... Er hat ganz kurz erst gesagt, keine Legs, was hat grad geleckt? Also er hat keine Legs in seinen Aufnahmen? Ja, dass dann keine Legs mehr in meinen Aufnahmen haben, sowas wie Shader und sowas benutzen kann, weil bei mir im Moment funktioniert das ja nicht bei Mac Und, ähm... Deswegen, ähm... Äh... Werden auch neue Projekte kommen Also ich weiß jetzt nicht, ob andere Let's Plays kommen werden Ich werd auf jeden Fall anfangs erstmal nur Minecraft machen Um zu gucken, wie sich das so ungefähr auf meine Klicks auswirkt Mit dem Yannick halt dann auch, äh, etwas öfter Ähm... Und ja Ja, und alle Erneuerungen stehen auch nochmal in der Videobeschreibung Weil das ja ab und zu geleckt hat, damit man nochmal alles genau nachlesen kann Ja genau, ich schreib das einfach alles dann da rein Also der Yannick lädt das dann hoch Okay Okay, ich denke dann einfach mal, äh, bis zum nächsten Mal Ach, ach, genau, ich hab vergessen Die nächste Woche werden auch keine Videos kommen Weil ich bin dann nämlich in der Skifreizeit Äh... Komm dann darauf an, was er hochlädt Aber ich werde dann so ungefähr... Ich hoffe, dass ich so Ende Januar dann, ähm, meinen neuen Computer hab Hoffe ich Das, denke ich, war's, oder? Ja Okay, und tschö Tschö